Warum sind dann Großeltern damals von Palästina ausgewandert? Sie sind eigentlich nicht ausgewandert. Der richtige Ausdruck ist vertrieben. Ich habe oft geweint. Ich sage das jetzt direkt hier. Das sind Bilder, die ein normaler Mensch gar nicht vertragen kann. Aber der Weg, um mich zu beruhigen, ist das Gebet. Wenn man realisiert, die einzige Macht liegt nur bei Gott und Gott selbst ist Allmächtiger, der Gerechte, dann spricht man von Herzen. Du hast über Chaitan gesprochen. Einer hat mal gesagt, Chaitan ist very smart. Der ist sehr, sehr klug. Nicht nur smart, also sehr, sehr intelligent. Der kann uns verführen mit besten Mitteln und Instrumenten. Und es ist ein hartnäckiger Kampf. Ich sage es mit einem einfachen Satz. Das Gebet ist Leben. Leben lebt jeder. Aber ein richtiges Leben zu führen, ist dann ein Leben, wenn man betet. Eine neue Folge des MTH-Podcasts, heute mit Mazen Okla Saheb. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Schön, dass die da sind. Schön, dass du da bist. Jazakallah. Freut mich ebenso. Wie geht es dir? Mir geht es, alhamdulillah, gut. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier in der Sendung zu sein und mit ihm in Kontakt zu sein und auch einige Sachen zu besprechen. Ja, wir freuen uns, dass du gekommen bist, dass du heute da bist. Sehr gerne. Mazenba, ich weiß, dass du zum Beispiel in Syrien geboren bist, aber einen palästinensischen Hintergrund hast. Also deine Familie kommt aus Palästina. Die letzten Monate, die letzten sechs Monate, die sind jetzt sehr stark geprägt von dem Konflikt dort, von dem Krieg. Ja, vielleicht kannst du mal kurz einordnen, hast du Kontakt zu den Menschen dort oder zu einigen Menschen dort? Kennst du Brüder, Schwestern, Familienangehörige, die in Gaza oder in Palästina leben? Also dieses Thema Gaza oder der Konflikt im Nahen Osten ist für mich ein sehr emotionales Thema. Ja, Personen direkt vor Ort kenne ich persönlich nicht, aber über die Jamaat und die Humanity First habe ich einige kennengelernt. Aber ich habe keinen persönlichen direkten Kontakt zu ihnen, aber diese Leute habe ich dann später kennengelernt, nachdem der Krieg in Gaza ausgebrochen ist. Ich sage, das ist für mich emotional, weil von Kindheit ist man so erzogen oder in einer Umwelt aufgewachsen, wo das Thema Palästina immer im Mittelpunkt unserer Bildungssystem, unserer Umgebung gestanden hat. Und das heißt, wirklich in der Schule haben uns Lehrer unterrichtet, die in Palästina geboren, aufgewachsen, ihre Kindheit verbracht und uns aus der ersten Hand über Palästina berichtet. Und natürlich habe ich meinen Onkel, der immer wieder von unserem Dorf in Palästina erzählt hat, der ist dort geboren, der ältere Onkel, älter Bruder von meinem Vater. Und der hat uns über seine Erfahrungen, wie er Fisch von Tabaria, also See, das ist an der Grenze zu Syrien, Fisch gefangen hat. Und einige Erzählungen über meinen Opa, der sozusagen als Burgermeister tätig war und sein Vorvater war Händler und der hat Getreide als Händler zwischen Syrien und Palästina betrieben. Also kurzum, unsere Umgebung war mit dieser Thematik sehr viel eingebringt. Und das betrifft nicht nur mich persönlich, alle, die in diesem Ort im Süden von Damaskus aufgewachsen, in dem Ort, die heißt Jarmuk-Lager. Sie haben das Thema Palästina immer da. Es gab sogar Aktivitäten für militärische Training sozusagen. Also deine Großeltern, Urgroßeltern, alle davor, die haben immer in Palästina gelebt? Genau. Und wo in Palästina? In einem Dorf, die heißt Samach, heute heißt Semek, in Hebräisch. Das liegt direkt an der See von Tabaria. Also man kann fünf Minuten zu Fuß an der See direkt in Tabaria. Das ist eine sehr touristische Stadt geworden. Ich habe sie besucht, nachdem ich die deutsche Staatsbürgerschaft erworben habe. Im Jahr 2017 gab es eine Jalsa in Kababir. Und ich hatte die Möglichkeit bekommen, an der Jalsa teilzunehmen und auch meine Heimatstadt zu besitzen. Das erste Mal in deinem Leben? Das erste Mal in meinem Leben. Ja, also… Warum sind deine Großeltern damals von Palästina ausgewandert? Sie sind eigentlich nicht ausgewandert. Der richtige Ausdruck ist vertrieben. Also nach Nakba 1948, nachdem Israel unser Land besetzt hat, mussten sie aus Angst nach Syrien fliehen. Und mein Opa ist dann nach Golan, in einem Ort, die heißt Al-Himma oder Kufr-Harb, zwei verschiedene Städten. Die liegen in Golan-Huhe, ist vertrieben. Das ist ja immer wieder die Nachrichten auch, ne? Ja, genau. Und ist dann nach Golan bis 1967, bis die zweite Vertreibung kam. Und in dieser Zwischenzeit zwischen 1948 und 1967 ist mein Vater geboren. Und dann nach der zweiten Besatzung von Israel zu der Golan-Huhe… Aber damals zur Golan-Huhe, hat das noch zu Palästina gehört? Ne, unter der syrischen Regierung. Ja, genau. Und 1967, wie gesagt, ist dieses Gebiet von Israel besetzt worden. Und dann sind sie wieder vertrieben nach Sud von Damaskus, wo ich dann später geboren bin. Zurück zu Ihrer Frage, zu Deiner Frage. Also, dieses Thema ist wirklich sehr schwierig von mir direkt zu hören, weil ich bin Palästinenser. Das Thema wird immer so diskutiert. Man spricht von dem Existenzrecht von Israel. Mittlerweile akzeptieren wir das. Es ist jetzt sozusagen in jedem Munde. Und man kann das auch nicht mehr verneinen. Wenn Israel existiert seit 1948, mit welchen Mitteln, mit welchen Strategien, wie haben die westlichen Länder, welche Rolle haben sie da gespielt, um der… Die Vorgeschichte wird komplett ausgeblendet. Der geschichtliche Kontext wird ausgeblendet. Also, ich kenne mich mit dieser Thematik sogar sehr gut aus, dass ich sogar meine Diplomarbeit über den Zionismus geschrieben habe. Ich weiß ganz genau, dass die ersten Kontakte von den Tudor Herzl in Deutschland zu der Zeit von dem Kaiser Wilhelm II. stattgefunden haben, um einen Staat in Palästina zu gründen. Vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Vor dem Ersten Weltkrieg. Stimmt, der ist ja dann geflüchtet, der Kaiser Wilhelm II. war in einer Reise nach Jerusalem zur Einweihung von einer Kirche. Und auf der Reise nach Jerusalem hatte er einen Stopp bei dem Sultan Abdul Hamid, dem türkischen, osmanischen Reich. Ja, genau. Und das war das Ziel von Theodor Herzl, den Kaiser Wilhelm II. zu überreden, dass er mit dem Sultan Abdul Hamid für die Gründung des Staates Israel in Palästina zu überreden. Wer war Herschel damals zu diesem Zeitpunkt? In Istanbul, Sultan Abdul Hamid II. Und aber wer war Herschel, hast du gesagt, der andere? Kaiser Wilhelm II., Theodor Herzl, der Gründer des Zionismus, hat die ersten Gespräche mit Kaiser Wilhelm II., der eine Reise angetreten hat. Jetzt heißt er stand. Zur Eröffnung der Kirche, Erlöserkirche, glaube ich, in Jerusalem. In seiner Reise auf die Route war Istanbul geplant. Und er wusste Theodor Herzl von dieser ganzen Planung. Und er hat dann überredet, überzeugt, dass die Juden die Finanzkraft oder auch die Wirtschaft von dem Osmanischen Reich wieder nach hoch treiben können, wenn er das erlaubt, dass sie in Palästina einen Staat gründen. Und er hat das gesagt. Also er hat sein Ziel sozusagen Theodor Herzl erreicht. Aber Sultan Abdul Hamid hat das nicht genehmigt oder gar nicht toleriert. Er sagt, das ist nicht unser Land. Wir haben natürlich die Aufsicht auf diesem Land, aber wir dürfen nicht über das Schicksal dieses Landes entscheiden. Was hat Kaiser Wilhelm gesagt? Er hat darüber gesprochen, dass es jüdische Finanzkraft, die in der Lage ist. Zu dem Zeitpunkt war wirtschaftlich der Osmanische Reich in sehr schlichtem Zustand. Und er hat sozusagen von dieser Perspektive die Diskussion angefangen. Was halten Sie davon, wenn Juden, Händler, Reichen die Wirtschaft von dem Osmanischen Reich wieder hoch treiben können? Und ich habe so ein Projekt. Es gibt die Möglichkeit, einen Staat für die Juden in Palästina zu gründen. Und dann können die Juden aus der ganzen Welt nach Palästina auswandern. Und dann haben sie dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Wirtschaft des Osmanischen Reichs ist wieder in gutem Zustand. Und die Juden haben eine Heimat in Palästina. Aber es kam nicht. Zu dem Zeitpunkt kam es nicht. Später wurde das natürlich, dieses Zionismusprojekt und der Plan von Gründung eines Judenstaates in Palästina ist bekannt für die Leute, die sich mit dieser Sache und auch mit Theodor Herzl auskennen. Also ich kenne diesen Hintergrund, dass Israel nur seit 1948 gegründet wurde und mit Hilfe von den Großbritannien damals. Und ich weiß, dass auch meine Opa, meine Großeltern aus diesem Land vertrieben wurden. Ich weiß auch, dass sogar die Eigentumsurkunden von den Häusern, von den Ländereien in Palästina noch in unserem Besitz sind. Es gibt auch sogar von meinem Opa, der mutterlichen Seite, die aus Golanhoe kommt, bis jetzt alle Dokumente. Und der war sozusagen, der hat in seinem Besitz viele Ländereien gehabt und in mehreren Städten, in Golanhoe. Und die sind alle weg. Ich kenne diese alle Einzelheiten. Und das ist der eine Seite. Warte, das war wahrscheinlich auch immer ein großes Thema bei euch in der Familie, oder? Das war immer wieder ein Thema. Das war immer wieder ein Thema. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, das ist für mich sehr emotional, darüber zu sprechen. Ich weiß, es ist nicht einfach, so neutral darüber zu berichten. Aber ich kenne die Wahrheit, so wie es mir berichtet wurde, aus der ersten Hand, sei es in der Schule oder zu Hause, oder auch aus den Büchern, die ich später gelesen habe, studiert habe. Ich weiß, dass die Palästinenser ein Existenzrecht haben sollen. Der Dialog läuft in diese andere Richtung. Also man redet über das Existenzrecht von Israel, aber ignoriert total das Existenzrecht von Palästina. Man spricht zwar in der Politik, wenn jetzt Blinken nach Nahosten fliegt und Gespräche mit Außenministern auf verschiedene Länder führt über die Lösung von zwei Staaten. Das ist ein Thema, aber wenn es jetzt in der Praxis kommt, wir wissen ganz genau, dass die USA war das erste Land, das Vito gelegt hat gegen die Anerkennung des Palästinens vor kurzem. Also das ist eine Sache, was jeder Mensch stört, dass man nach außen... Und an zwei Staatenlösungen spricht, aber praktisch eigentlich... Genau, praktisch kommt nicht zustande. Und das als Palästina mit, also PLO, Yasser Arafat mit Staat Israel, ein Friedenabkommen in Oslo unterzeichnet in den 90er Jahren... Wie auch den Nobelpreis bekommen haben. Ja, genau. War eigentlich sozusagen in dem Friedenplan schrittweise, dass Palästina einen eigenen Staat bekommt. Und Ost-Jerusalem ist dann der Hauptstadt von Palästina, aber kam nie zustande. Also diese Diskussion, dass, okay, Israel hat das Recht, Existenzrecht, akzeptieren wir. Die glauben auch sogar daran, dass es auch jetzt Realität ist. Aber wo ist die Existenz von der Stadt von Palästina? Also diese Doppelmoral, also dass man nach außen was sagt und innen ganz andere Gespräche geführt, um eigene Ziele oder eigene Interesse zu vertreten, das ist nicht mehr vertretbar. Und das macht die Sache noch komplizierter. Mich stört genauso, das hat sich sehr deutlich gezeigt in der letzten Zeit, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, dass man einseitig ist. Okay, man verurteilt, auf jeden Fall, also Menschen in Gefangenschaft zu nehmen, was Hamas gemacht hat, das ist nicht akzeptabel. Auch ein Land, das ist nicht akzeptabel, das können wir gar nicht tolerieren. Zivilisten vor allem. Zivilisten auch anzugreifen und zu überfallen, das ist nicht akzeptabel. Das ist außerhalb der Diskussion. Aber wenn es um Israel geht, wie viele Tonnen von Bomben auf Zivilisten wurden geworfen in den letzten sechs Monaten. Fast 40.000 Tote. Fast 40.000 Tote und viele sind noch unter Trommeln. Die Infrastruktur, das heißt Krankenhäuser, die Schulen, die als Zufluchtort von den Zivilisten gesucht wurden und bewohnt, wurden auch total zerstört. Tausende von Kindern. Kinder, Frauen, also da, wenn man darüber spricht. In Deutschland, überhaupt nicht möglich. Nicht in Deutschland, auch im Westen mittlerweile gibt es schon einige, die ihre Stimme hochheben und darüber sprechen, aber das vermisse ich sehr viel hier in Deutschland, in diesem Land. Ich habe lange Zeit, ehrlich gesagt, war ich auch sogar stolz darauf, dass ich in Deutschland bin und auch mein Studium in Deutschland abgeschlossen habe. Ich habe diese wissenschaftliche Arbeit sozusagen immer gelobt, wie die Professoren, Dozenten an der Uni denken, wie sie mit der Sache sehr kritisch umgehen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und bewundert. Aber wenn man über das Thema im Nahen Osten spricht, dann hat man in der Angst, darüber zu berichten, zu reden, weil man die Wahrheit kennt. Also das betrifft eine große Gruppe von Menschen, die die Wahrheit kennen, aber sie wagen, das nicht die Wahrheit zu sagen. Das ist das eine. Das andere, ich habe auch mit vielen Menschen Gespräche geführt, auch mit Muslimen. Also Deutschland ist Deutschland. Wir sind, wir haben, immer wenn wir auftreten, treten wir so als Moralkompass der Welt auf. Ja, genau. Also die WM in Katar, du kennst dieses Bild noch. Ja. Dass man nichts sagen darf, dass man plötzlich selbst, hat man, ist die Stimme weg. Man sagt, man äußert sich nicht zu diesem Leid. Aber davor, bei jeder Krise, bei jedem Krieg, und ich meine, egal, man kann keinen Kriege vergleichen miteinander. Wenn Menschen leiden, leiden Menschen. Es ist sehr gut, dass man dagegen spricht. Aber wenn man jetzt offensichtlich das sieht, das Leid sieht, dann ist die Stimme plötzlich verschlagen. Wenn man bewusst verheimlicht oder auch nicht darüber spricht, das hat mich wirklich noch mal mehr gestört. Die Sache, noch mal, ich war wirklich sehr beeindruckt von der deutschen Kultur, von der Freiheit. Wir waren oft in Tabligh-Meeting, auch auf Tabligh-Stand. Wir haben sehr viele Gespräche über den Islam und mit Deutschen. Im Dialog über den Islam. Mit Dialog geführt. Und man redet in Deutschland immer von Freiheit und den Rechten der Frauen. Das stimmt. Sogar im Islam, vor 1400 Jahren, können wir das nur bestätigen. Und wir haben immer versucht, die Menschen zu erklären, man muss sich unterscheiden zwischen der Kultur, die in einem Land im Orient herrscht, und der Religion selbst. Die Offenbarung, die auf den Heiligen Propheten, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, offenbart wurde, ist nicht die Praxis von Menschen, die zu dem Islam gehören. Aber hier sieht man, dass die Frauen ihre Freiheit, ihre Rechte schon bekommen haben. Das wird auch sogar praktiziert. Und wir haben von der Demokratie gesprochen. Wir sind auch aus Ländern gekommen, wo man nicht frei über seine Überzeugung, über seinen Glauben reden kann und darf. Aber hier ist alles erlaubt und möglich. Aber wenn es um dieses Thema geht, dann wirst du einfach vorgeworfen, du bist Antisemitismus. Nein, nein. Das ist kein Antisemitismus. Das ist ein immoralisches, also ein nichtmoralisches Verhalten, das man nicht akzeptieren kann. Und der Heilige Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns darauf hingewiesen, weil wir Liebe zur Heimat haben, müssen wir die Wahrheit sagen. Auch dein Bruder, heißt das in einem Hadith, also helfe dein Mitbruder in zwei Fällen. Auch in einem Fall, wenn ihm Unrecht getan, und im zweiten Fall, wenn er selbst Unrecht tut. Und dann wurde der Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, gefragt, wie soll ich meinem Bruder helfen, wenn er Unrecht tut. Dann hat er gesagt, indem du dieses Unrecht beseitigst. Und ich sehe, das ist ein Drang, ein Bedarf in diesem Land, dass man die Wahrheit vermittelt, dass es ein Unrecht wird, im Moment praktiziert, gegen diese Menschen, die ich zu denen, weil ich ja Palästinenser bin, gehöre, seit mehreren Monaten. Und dieser Massenmord, dieser Genozid, muss gestoppt werden. Auch wenn das in Afrika, auch in Europa, auch irgendwo auf der Welt kommt. Wir müssen unsere Stimme auch laut heben und auch schreien, dass es nicht mehr geht. Hier muss man ein Ende machen. Das ist, also ich höre die Emotionen natürlich auch raus. Und ich glaube, jeder, der diese Bilder sieht, der kann einfach nicht anders. Also du hast das Leid auf beiden Seiten angesprochen. Menschen sind Menschen, aber das, was jetzt gerade in Gaza passiert mit fast 40.000 Toten. Massenmord, das ist so ein Podcast, da sprechen wir über spirituelle Themen. Vielleicht können wir da so eine Brücke schlagen. Wie schaffst du es denn, wenn du dieses ganze Leid siehst, wenn du diese Bilder siehst, die wirklich sehr schlimm sind, die leidenden Kinder. Wie schaffst du das, vielleicht auch mit deinem Glauben, das zu kanalisieren, dass man nicht verrückt wird, dass man trotzdem nicht die Hoffnung jemals verliert? Also Hasur weist uns immer wieder darauf hin, auch als der Krieg in Gaza ausgebrochen ist, hat er immer wieder fast in jedem Freitagseinsprache darauf hingewiesen, vor das palästinensische Volk zu beten und auch vor Frieden in der Welt zu beten. Der einzige Ausgangweg ist nur Gebet. Also, weißt du, ich gucke sehr oft Nachrichten. Ich habe versucht, das weniger zu machen in der letzten Zeit. Ich habe das leider nicht geschafft. Ich schaue es immer wieder, weil das sind irgendwie, wie gesagt, ich bin verbunden mit diesem Volk, mit dieser Geschichte. Aufgrund deiner Familiengeschichte? Auch aufgrund dieses Hintergrund. Und ich habe oft geweint. Ich sage das jetzt direkt hier. Weil die Bilder, die man sieht, das kann man gar nicht vertragen. Also, die Leichen werden von Hunden zum Beispiel gefressen, weil niemand, Krankenhäuser wurden bombardiert. Also, Kinder im Inkubator, sie haben keine Versorgung mehr. sehr schreckliche Bilder, auch wie ein alter Mann sein Enkelkind nach dem Tod zu sich nimmt und umarmt und versucht, ihn zu wiederbeleben. Er hat das nicht realisiert, das ist gestorben. Das sind Bilder, die ein normaler Mensch gar nicht vertragen kann. Und ich habe das wirklich von Kriegbeginn bis heute regelmäßig beobachtet. und viele haben mich davon abgeraten, das zu machen. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit etwas weniger gemacht, aber ich gucke immer wieder die Nachrichten. Ich will wissen, wohin es geht, wie lange es dieses Leiden dauert. Aber der Weg, um mich zu beruhigen, ist das Gebet. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich sage, Alhamdulillah, dass wir Muslime und auch gläubig, religiös sind, dass wir auch fünfmal am Tag die Möglichkeit haben, zu beten. Und auch, man kann nachts Tahajjud beten. Also diese alle Möglichkeiten bringen Ruhe und Frieden im Herzen. und ohne Gebet ist das wirklich nicht zu schaffen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man das zum Ausdruck bringt. Viele gehen auf die Straße demonstrieren, viele geben so eine Reaktion, auch aggressive Reaktion. Aber wie gesagt, wir sind gläubige Muslime, Ahmadis, und wir befolgen die Anweisung von Hasur und wir halten uns an dieses islamische Verhalten. Und so wie der Prophet Muhammad angegriffen wurde, auch sei es in Form von Krieg, auch als er nach Ta'ef zum Aufruf zum Islam gegangen ist, wie er geschlagen, der hat nur gebetet. Also das einzige Heilmittel für so eine Situation. Es gibt sogar auch ein... Aber was betest du da? Wie sieht so ein Gebet aus? Was sagst du zum Beispiel? Also in Sejda. Sejda ist wirklich Niederwerfung. Niederwerfung. Wenn man in Sejda sich niederwerft und wenn diese Bilder dann vor den Augen kommen, dann steht man sehr nah zu Allah Ta'ala. Das ist automatisch, das ist so ein Zustand, wo alle sozusagen Arten von Arroganz und auch weltliche Dinge verschwinden automatisch und dann ist man in einer Situation, dass er Gott, dass man sich Gott ergeben hat und dass man glaubt und sicher ist, dass er machtlos ist. Gegenüber dieser Gewalt und dieser Mächte als Mensch kann man nichts machen. Und wenn man realisiert, wahrnimmt, dass er machtlos ist und die einzige Macht liegt nur bei Gott und Gott selbst ist Allmächtiger, der Gerechte, dann spricht man von Herzen. Dann kommen diese Tränen, die normalerweise bei Zuschauern von diesen schrecklichen Bildern kommen, dann kommen diese Tränen automatisch von Herzen, wenn diese Tränen von Herzen kommen, wegen Gott, um Rettung, um Schutz vor diesen bedürftigen, armen, machtlosen Menschen. und man empfindet automatisch, dass diese Gebete, besonders diese Gebete, Akzeptanz bei Allah finden. Wenn man für sich persönlich irgendwelche Sachen betet, hat man den Verdacht, werden akzeptiert oder nicht, hat man diese Gedanken, hat man weltliche Interesse dahinter stehen, hinter diesen Gebeten oder wirklich religiösen und Allah weiß am besten, ob das für mich gut oder nicht, er wird dann selber entscheiden, aber wenn du vor die Mitmenschen betest, vor das Wohlbefinden der Mitmenschen betest und du bist selbstlos in dieser Hinsicht, dann werden diese Gebete automatisch akzeptiert. Jeder, der an Gott glaubt, jeder, der eine Verbindung mit Allah hat, wird das spüren, automatisch spüren. Und je mehr man sich mit Gott beschäftigt, sei es jetzt im Gebet, wir haben über fünfmal am Tag gebetet, vor kurzem haben wir Ramadan, man hat auch gefastet, man hat auch regelmäßig Koran gelesen, je mehr man sich mit Gott beschäftigt, desto näher ist man ein Ziel. Also für Ziel zu erreichen, muss man etwas unternehmen. Das gilt auch für unsere weltlichen Angelegenheiten. Wenn man studieren will, wenn man jetzt Ausbildung macht, oder Arbeit, eine Karriere macht, und so weiter, muss man dafür etwas unternehmen. Und genauso Gott sagt im Koran Also du Mensch, wenn du das Treffen mit Allah wünschst, dann musst du dich anstrengen. Kadah, das heißt nicht nur richtige Anstrengungen muss man unternehmen, um Gott zu erreichen. Und wenn man diese das ist wirklich eine lange Reise. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott kennt unsere Absichten. Wenn wir mit ehrlicher Absicht nach Gott suchen und aufrichtig sind und wenn wir diesen Weg unternehmen, dann wird uns begleiten. der Schatan tritt immer wieder auf und versucht uns von diesem geraden Weg abzulenken. Aber wenn man aufrichtig versucht, dieses Ziel zu erreichen, also ein Treffen mit Gott oder eine Verbindung mit Gott aufzubauen, dann Allah hilft auf jeden Fall. also dieses Ziel ist nicht sozusagen weit weg, aber die Frage ist immer, sind wir aufrichtig in unserer Suche nach Gott, fallen wir bei der ersten Prüfung durch oder versuchen wir das nochmal, diese Prüfung abzulegen und zu bestehen. Und wenn wir das versucht haben, wenn wir dann mehrfach uns angestrengt haben, werden wir das erreichen. Also es gibt immer wieder so im Leben Situationen, wo man wirklich sehr viel mit Welt, mit alltäglich Routinen beschäftigt ist. Sogar das Verrichten des Gebets pünktlich, also fünfmal abzulegen, das ist eine große Herausforderung. Das ist überhaupt nicht einfach. Ich weiß, ich kenne das, ich lebe in Deutschland seit 25 Jahren, ich bin selbstständig, ich habe viele Kinder und auch Familie und auch viele andere Beschäftigungen. Jeder, der in Jamaat beschäftigt ist, weiß genau, wovon ich rede. Ehrenamtliche Sachen auch davon rede ich. Wie schaffst du es da immer, ich glaube darauf fällt es ja hinaus, wie schaffst du es da immer, den Fokus trotzdem auf den Glauben zu setzen, also trotz diesen ganzen Sachen, die mit dabei sind? Ich sage ganz ehrlich, es ist nicht einfach, aber als gläubiger Mensch im Inneren, in seinem Bewusstsein, muss er fest davon überzeugt sein, dass Gott ihn sieht und eine Verbindung zu Allah hat. Und Gott selbst wünscht, dass man bestimmte Dinge erfüllt werden müssen. Gebet. Also, man soll seinen Tag so gestalten, dass Gebet im Mittelpunkt seines Tages steht, sei es Zuhr, Asr, Fajr, Maghrib, Isha. Und wenn man das schafft, dann alle anderen Dinge werden sozusagen von allein gelöst. Alle diese Herausforderungen, diese Schwierigkeiten kann man überwinden. Aber wenn man das vernachlässigt, dann ist man so ein leichtes Opfer, also leichtes Opfer für diese Gesellschaft, für diese weltlichen Beschäftigungen, die ihn mitziehen. Und wenn man dagegen kämpft und wenn man entgegenwirkt und sagt, ja, ist das Gebetzeit, jetzt muss ich aufstehen, besonders Duhr und Asr. Also Maghrib und Isha ist man sozusagen eher zu Hause. Fajr ist auch mein Zuhause. Aber Duhr und Asr, genau in diesen Zeiten, wo man mit Welt, mit Arbeit, mit Menschen beschäftigt ist, dann ist das eine Herausforderung, aufzustehen, Vudu zu machen und zu beten. Aber die Sache ist, also die Süße, das Leben erfährt man, nachdem man gebetet hat. Sogar die Einstellung zu vielen anderen Dingen, ja. Wie gesagt, man ist mit vielen Sachen überlastet, im alltäglichen Leben. Es liegt nur an mir, wie gehe ich damit um. Wenn ich gebetet habe, wenn ich diese Ruhe gesucht habe, gehe ich mit diesen Sachen viel menschlicher, viel lockerer um, als wenn ich das Gebet verschoben oder auch nicht verrichtet habe. Das ist eine Entlastung, das ist eine Erleichterung. Viele sehen das entweder überflüssig oder eine Überlastung für sich selbst. Aber wenn man darüber nachdenkt und wenn man guckt, warum sagt Allah Ta'ala das heißt in einem Vers, dass das Gebet zu einer bestimmten Zeit euch vorgeschrieben in der Salat der Kana Ta'ala Al-Mu'minina Kitaben Moukuta wie Gott ist unser Schopfer, er kennt unsere Schwäche. Er hat ein Rezept uns verschrieben, das Gebet fünfmal am Tag und über Tahajjud Gebet sagt, wenn man nachts aufsteht Also Lecker Also wenn man nachts aufsteht Also dieses Lecker bedeutet für dich du betest Tahajjud ist für dich Gott profitiert nicht davon. Allah kennt unsere Schwäche und so wie ein Mediziner oder Arzt verschreibt ein Rezept man soll diese Medikamente dreimal am Tag nehmen und wenn man die Medikamente regelmäßig zu den bestimmten Zeiten nimmt dann geht es ihm besser es ist automatisch aber wenn man das werft in einen Mülleimer und nicht nimmt dann geht es ihm nicht gut Du hast vorhin etwas angesprochen ich glaube darüber sprechen wir sehr sehr wenig in der Gesellschaft oder zumindest jetzt hier bei dem Format haben wir das nicht gemacht Du hast über Chetan gesprochen einer hat mal gesagt ich habe einen Spruch gesehen gehabt Chetan ist sehr klug manchmal denkt man das werden so offensichtliche Angriffe sein dass man nicht klaut dass man keinen Ehebruch begeht oder dass man niemanden tötet das ist von Teufel das werde ich nicht machen aber dabei ist auf dieser Reise die du gerade beschrieben hast das alltägliche das Gebet verrichten etc auch da stört es den Stört Chetan dass man das vollzieht wie sieht sowas praktisch aus du hast ja gerade erzählt dieser Kampf das dann trotzdem durchzuziehen wie kann so eine Einflüsterung von Satan aussehen dass man sagt dass er vielleicht kurz Erfolg hat indem er dich abhält vom Gebet hast du mal darüber nachgedacht wie sowas aussieht und wie der Kampf dann aussehen muss gegen Satan die beste Antwort drauf ist was im Koran steht das was du gerade formuliert hast hat Allah sogar uns mitgeteilt im Koran heißt das also folgt nicht den Schritten von Satan hat nicht gedacht der Schritt von Satan die Schritten und wir schließen daraus dass der Schatan nicht nur smart also sehr sehr intelligent also der kann uns verführen mit besten Mittel und Instrumenten die in dieser Gesellschaft in jeder Ecke auf uns lauern und es ist ein hartnäckiger Kampf Allah sagt im Koran auch in einem Gespräch mit dem la aq'udanna ala sirati kal mustaqim also fordert Gott heraus ich werde auf deinem geraden Weg stehen also nicht auf den krummen oder schrägen Weg auf deinen geraden Weg stehen um die Leute ab zu bringen von diesem geraden Weg also wir sehen erstmal das sind Schritte also man begeht nicht eine schwerwiegende Straftat von heute auf morgen das fängt so einfach mit einem lockeren Gespräch wenn man mit Freunden in einer lockeren Atmosphäre mit Zigaretten rauchen und dann mit der Zeit geht man zu einer Shisha Bar und im Nachhinein befindet man sich nach kurzer Zeit in einer Diskothek zum Beispiel und dann fängt man an Hashish zu rauchen vielleicht oder auch Kontakt mit Frauen zu suchen und schrittweise ist man sozusagen Opfer von diesem Shetran man geht nicht am Ende zu Drogen Konsum oder zu dieser Sucht oder auch wegen dieser Sucht dass man Diebstahl begeht oder auch jemanden umbringt also ich habe das auch sogar in unserer Umgebung am Anfang an als ich in Deutschland gesehen beobachtet wie ist überhaupt möglich die Leute sind gerade nach Deutschland gekommen und einfach sind sie Drogenhändler und dann es gibt so Straftaten von Körperverletzungen und das geht schon sehr schnell und das sind die Schritte wenn man sich erlaubt einen Schritt in diese Richtung zu gehen erlaubt sich den zweiten Schritt zu wagen den dritten Schritt zu wagen und sich aus diesem Weg abzuwinden es ist dann sehr schwer wieder auf dem richtigen Weg zu kommen und die zweite Sache war mit diesem ich setze auf deinen geraden Weg das heißt wir Gläubigen auch sind nicht in Schutz auch wenn man behauptet dass er jetzt den geraden Weg befolgt heißt nicht dass er Garantie bekommt dass er auf dem geraden Weg bleibt Allah sagt im Koran also der Schluss der Ende ist für die Rechtschaffenden die wirklich auf dem geraden Weg standhaft geblieben und alle Angriffe von Schittan abgewehrt haben und auf dem geraden Weg standhaft geblieben es ist was ich damit sagen jetzt in unserem alltäglichen Leben scheinen weltliche Dinge auch wenn man jetzt mit Arbeit beschäftigt Arbeit ist Ibadat also es ist wirklich ein Gottesdienst aber so viel Arbeit dass man sich wie meinst du dass das Arbeit Gottesdienst ist also wenn man jetzt arbeitet Geld verdient um seine Familie zu ernähren und auch Spende wie zahlen Janda auch Menschen Bedürftigen zu helfen das ist ein Dienst und der Heilige Prophet Mohammed Sallallahu Sallam sagt derjenige der fällt oder stirbt auf dem Weg zur Arbeit gilt als Schahid als Märtyr also das ist wirklich ein Gottesdienst einmal kamen jemanden einmal war Hazret Umar in einer Moschee und hat jemanden gesehen der die ganze Zeit nur in der Moschee setzt und betet Dua macht und das war für Hazret Umar sehr auffällig also was machst du hier er sagte ich bete ich bin jetzt nur für Gottesdienst da und dann hat er gesagt wie geht es dir dann von wo kriegst du dein Essen und Trinken sagt die Leute spenden mir was zum Essen und dann bin ich damit versorgt er sagte geh raus und verdiene dein eigenes Brot denn der Himmel wirft oder schneit oder sagt man zum Regen regnet so wortwörtlich regnet kein Essen und kein Wasser also das heißt es gibt schon sehr in Islam wird sehr viel Wert darauf gelegt dass man eine Arbeit leistet und nicht arbeitlos ist und das meine ich wir gehen in unserer Jamaat ich gehe davon aus 90% sind schon arbeitstätig es sei denn dass man irgendwelche körperliche Schwierigkeiten hat oder in einem hohen Alter ist aber in der Regel geht man Arbeit und das ist ein Gottesdienst die Frage die Frage ist wenn die Zeit zum Gebet kommt halte ich meine Gebete ein stelle ich mein inneres Ohr so ein dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt mein Gebet verrichten wird oder nicht man soll arbeiten aber man soll nicht übertreiben arbeiten das Ziel von arbeiten wie gesagt die Zufriedenheit Gott zu erreichen seine eigene Familie zu ernähren Menschen zu helfen aber nicht Geld zu sammeln anzuhäufen und auch Häuser zu bauen und noch mehr weil damit hört man nicht auf also der Heilbruch wird auch maßvoll ja also man wird nicht davon satt will ich damit sagen aber die Gebete sind unsere Prioritäten darauf muss jetzt unsere Aufmerksamkeit sein es gibt so viele Themen über die man sprechen kann aber eine Sache die mir noch aufgefallen ist das ist so ein Konzept das vermisst man manchmal in der Gesellschaft zumindest habe ich immer so den Eindruck wir haben am Anfang über den Israel-Gaza-Konflikt gesprochen und du hast sehr viel über Palästinenser gesprochen aufgrund seiner Familiengeschichte über das Leid der Menschen dort weißt du man hat manchmal das Konzept hier wenn ich mich für ein Leid auf der einen Seite einsetze also von Menschen dann muss ich die andere Seite hassen und immer wenn ich mit Menschen spreche gerade von Muslimen spreche also von Ahmadimuslimen dann sieht man nein nur weil ich die eine Seite liebe oder die eine Seite auf ein Leid hinweise heißt das nicht im Gegenteil ja ich hasse die und ich will Gott bewahre aber dass mit den Kindern auf der anderen Seite das gleiche passiert etc. also das ist ich will das bestätigen weil vor kurzem hat Netanyahu in einer Rede erzählt dass die Menschen die in USA und in England demonstriert haben für Palästina hat er sie hat ihnen sofort vorgeworfen die sind pro Hamas und anti Israelis das stimmt überhaupt nicht also wir Menschen und wenn wir wenn ich von mir selbst rede ja auch Muslim und Ahmadi wir sehen die Menschen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihnen beschrieben hat Kullu al-Khalq alle Menschen alle Geschöpfe sind Kinder Gottes und der Beste unter euch ist diejenige der am besten seine Kinder Gotteskinder behandelt so sehen wir die und auch das Vorbild des Heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es wird es gibt so eine sehr bekannte Geschichte dass ein Jude vor sein Haus durch Müll geworfen hat regelmäßig und Hazur sallallahu alaihi wa sallam wüsste Bescheid dass es ein Jude der ihn hasst weil er den Anspruch erhoben hat er sei Prophet und so weiter und eine Zeit kam eine Zeit lang kam dass der Müll nicht mehr vor der Tour des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war und hat der Heilige Propheten nach ihnen erkündigt und sagte die ist krank dann hat ihn besucht also wir sehen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das ist unser Vorbild mit einem Juden sozusagen feindseligen Juden der sozusagen Krieg mit dem Heiligen Propheten oder Streit mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesucht hat wie barmherzig hat der Heilige Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit ihm umgegangen auch das Vorbild von Hazret Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Kriegssituation wo das ist ein Verteidigungskrieg gewesen wo er angegriffen wird angegriffen wurde nachdem er vertrieben nachdem gegen ihn Unrecht getan und in seinem vertriebenen Ort in Medina angegriffen wurde wie er mit den Angreifer umgegangen ist also die Gefangenen so barmherzig sogar der Heilige Propheten Sallallahu alaihi wa sallam er muss ihnen Essen geben so viel wie er selber isst er dürfte nicht die Seile so stark oder so fesseln festbinden dass sie leid tun auch in an der Schlacht von Badr wir wissen verschont Kinder verschont Frauen Bäume auch Wasser darf man nicht verseuchen also so viele alle die nicht beteiligt sind am Krieg auch die Religionen Anhänger von Religionen sei es Juden Synagogen Kirchen oder auch Pfarrer Geistlichen man darf sie nicht anfassen so viele Vorschriften hat der Islam vorgelegt um den Frieden zu schaffen um die Zivilisten zu schützen die Angreifern das wollte ich jetzt erwähnen in der Schlacht von Badr du weißt ja dass der Schlacht der Muslime haben erstmal vorgerückt um den Brunnen von Badr deswegen heißt er Badr Schlacht und sie haben sozusagen unter ihrer Aufsicht oder unter ihrem Besitz den Brunnen von Badr der Angreifer kamen dürstig und die wollten dann von dem Brunnen trinken die kamen dürstig um den Prophet Muhammad zu töten anzugreifen Krieg gegen ihn zu führen der Heilige Prophet Muhammad hat seine Gefährten gesagt erlaube die oder gewähre den Zugang zu den Brunnen lasst sie dann Wasser trinken das ist unsere Philosophie das ist unsere Lehre von Islam und nach dem Sieg von Mekka es sind sehr viele Erzählungen berichten es gab einen der heißt Habashi der hat den Hazret Hamza Rasillallah ta'ala an seinen geliebten Onkel hat mit einem Speer getötet und der Leber von Hazret Hamza wurde sogar nach dem Händ das ist eine feindselige Frau gewesen hat seine Leber rausgerissen und gekaut nach dem Krieg und kam dieser Habashi zu Heiligen Prophet Muhammad nach dem Sieg von Mekka und hat den Prophet ihn verziehen und hin auch den Leber von Hazret Hamza Hamza war vor dem Heiligen Prophet Muhammad der geliebten Onkel der war nie traurig in seinem Leben wie in dem Moment wo er erfahren hat dass Hazret Hamza gestorben ist und nachdem er sozusagen den Krieg gewonnen hat nachdem in seiner Hand alles unter seiner Hand alles liegt und Gewalt hat auszuüben gegen die feindseligen Angreifer hatte sie vergeben und verziehen also dieses Misstrauen oder falsches Bild zu vermitteln dass wir für Palästina sprechen oder für die Opfer in Palästina sprechen zu mischen dass wir gegen die Juden sind niemals Hass spüren das ist eigentlich Instrument wird eingesetzt um sozusagen der Stimme der ungerechten Seite zu erheben dass sie Recht haben das stimmt überhaupt nicht wir wissen auch ganz genau dass in uns in Kababir unser Jamaat ist in Israel in Haifa und wir haben sehr gute Freunde auch sehr starke Beziehungen zu den Juden Familienangehörigen sie leben in einer Gesellschaft wo die Mehrheit jüdisch geprägt ist aber man merkt gar keinen Unterschied also wenn man bei uns geht oder wenn dort der Amir oder auch die Jamaat Mitglieder bei den Jüden das ist so wie Familienatmosphäre also dieser Hass wovon der Media spricht wenn man jetzt über die Opfer spricht das hat keine Bedeutung überhaupt nicht das regt mich auch immer sehr auf dass man da das sofort dass einem das so vorgeworfen wird wenn man auf ein Leid hinweist und davon ausgeht ja man muss die andere Seite dafür hassen und wie schade muss es sein dass man das erklären muss nein ich weise auf ein Leid hin auf eine Ungerechtigkeit hin die gerade vor den Augen der Welt passiert die Empfehlung des heiligen Prophet Mohammed galt und gilt und wird auch für Ewigkeit gelten und das ist unser Maßstab unser Maßstab also Ungerechtigkeit deinem Bruder zu helfen wenn er Unrecht tut bleibt lebenslang solange wir hier leben und füllen uns aus der Liebe zur Heimat aus der Liebe zur Heimat füllen uns treu zu der Heimat wir sind verpflichtet wir sind verpflichtet dieses Maßstab einzusetzen zu verwirklichen wenn wir sagen wir akzeptieren das in unserem alltäglichen Leben wenn deinem Sohn oder dein Bruder Unrecht tut und du weißt das ist Unrecht und du akzeptiert das wird weiterhin Unrecht tun und nicht nur dieses Unrecht hat auch Auswirkung auf deine Familie auch auf der Gesellschaft oder auf der Nachbarschaft Irgendwann muss das gestoppt werden solange wir schweigen solange wir sagen ja wir akzeptieren das das ist doch in Ordnung das sind nicht Zivilisten die getötet werden das sind Hamas die verschanzen sich hinter den Zivilisten solange wir mit dieser Argumentation oder mit dieser Ausrede auftreten werden wir noch weitere schlechte Auswirkungen in dem Frieden der Weltgemeinschaft finden ich habe als Beispiel mein Bruder Eigenbruder oder meinen Sohn eigenen Sohn gegeben aber das gilt auch für die Frieden der Weltgemeinschaft ist nicht umsonst dass Hasur immer wieder uns die Welt darauf aufmerksam gemacht hat in den letzten Angriffen auf die iranische Botschaft in Damaskus hat Hasur wiederum einen Brief an den Premierminister von Israel Netanyahu geschickt und auch an den Minister von Iran geschickt mit der Bitte nochmal nachzudenken das ist ein Vorgehen die die ganze Welt zerstören wird nicht umsonst dass Hasur in der Frieden Konferenz vor glaube ich paar Wochen nochmal direkt und auch konkret die Vertreter angesprochen haben von vornherein hat er gesagt also ich weiß es nicht ob das hilft so eine Frieden Konferenz regelmäßig zu halten aber das wäre vielleicht ein Tropf sozusagen der Verantwortung die man trägt das ist sozusagen eine Pflicht von jedem Gläubigen wenn er oder sie Ungerechtigkeit sieht dann muss es ändern der Heilige Prophet Mohammed sagte in einem anderen Hadith also wer Unrecht vor seinen Augen sieht er soll das mit seiner eigenen Hand ändern wenn er das nicht schaut mit eigener dann mit seiner Zunge wenn er das nicht kann dann mit dem Herz und das ist aber der schwachste Zustand eines Gläubigen des Glaubens also wenn wir nicht in der Lage mit eigener Hand entgegen zu treten dann haben wir mindestens immer noch die Möglichkeit mit unserer Zunge darüber zu sprechen das hat Hasur immer wieder wir sind kein Staat wir besitzen keine sozusagen Vito ein Mittel in UNU oder irgendwo auf der Welt dass wir darüber sprechen aber wir können immer noch darüber reden und das ist unsere Pflicht immer im Rahmen der Gesetze und genau natürlich also hier in Deutschland man sagt diese Demokratie Meinungsfreiheit ist ein Standard also es ist ein kostbares Gut das ist eine Sache wie gesagt die wir alle wertgeschätzt haben und man kann das von uns nicht mehr wegnehmen das stimmt du hast gerade so schön über das Gebet gesprochen vielleicht kennst du das auch oder ich habe das in Gesprächen nochmal mitbekommen jetzt zum Beispiel ist ein ganz großer Konflikt und er sagt und Hasur ruft uns wieder zu gebeten auf und du hast gerade selbst beschrieben wie du als Ahmad die Muslim diesen Konflikt wahrnimmst dann das kanalisierst in deinen Gebeten ich hatte Diskussionen du kennst sicherlich auch mitbekommen ach so ja dann bete mal also dieses naive also diese Kraft hinter das Gebet weil die Erfahrungen selbst fehlen ja so quasi als Ausrede in Anführungsstrichen ja ich sehe das aber ich bete jetzt einfach mal also was steckt dahinter diese Überzeugung dass das Gebet eine Kraft hat welche Kraft das hat aber jetzt gar nicht mal auf diesen Konflikt bezogen vielleicht im alltäglichen Leben ich meine du hast selbst gesagt du bist hierher gekommen deine Familiengeschichte du hast hier studiert du arbeitest hier etc du hast dich entwickelt du bist etabliert du bist integriert wie man das auch versteht du hast eine Familie hier aber trotzdem betest du ich meine um dich weiter zu entwickeln vielleicht kannst du über dieses die Rolle des Gebetes und die Kraft des Gebetes mal sprechen wie deine Erfahrung da ist und wie du diesem Argument ergegnest wenn du sagst wenn man merkt hey ja dann bete mal ich sage es mit einem einfachen Satz das Gebet ist Leben Leben lebt jeder aber ein richtiges Leben zu führen ist dann ein Leben wenn man betet ich habe das Leben ohne Gebet auch vor dem Ahmadiyat erfahren gekannt und ich habe das Leben nachdem ich Ahmadi geworden bin auch erfahren und gekannt aber das Leben vor Ahmadiyat und ohne Gebet ist kein Leben ich kann mich erinnern dass einmal Khalifat Al-Masih Rabi in einem Lekam Al-Arab erzählt hat dass es gibt so verschiedene Kategorien von Menschen auch so wie Tiere oder Insekten es gibt Bienen und es gibt auch Fliege die Bienen hat Allah im Heiligen Koran auserwählt und er hat die bewusst auserwählt und er hat gesagt offenbart wir haben die Bienen sozusagen offenbart und die Bienen die sozusagen die Offenbarung von Allah ta'ala empfangen haben fliegen und gehen an die Blume und die nehmen den Nektar und aus den Bienen bekommt man Hönig und Oberhönig sagt Allah im Heiligen Koran es ist eine Heilung vor den Menschen und das Gegenteil ist vor der Fliege die Fliege geht auf Dreck und hat Infektionen Bakterien und wenn diese fliegen dann auf Menschen dann geht diese Krankheit auf den Körper und dann wird das auch übertragen und die Menschen werden infiziert und so sind die Menschen also ich habe es gesagt das Gebet verkörpert oder das Leben und das Gebet ist eine Einheit wenn ein Mensch eine Verbindung mit Allah hat dann ist das Beispiel wie der Biene und das andere der nicht eine Verbindung mit Allah ist er in Gefahr dass er selber krank wird und auch anderen erkranken kann einmal sagt der Marhum verstorben möge Allah gnädig mit seiner Seele sein hat er einmal in einer Tablier Sitzung erzählt Glauben an eine Sache ist eine Sache aber etwas dafür zu tun um diese Sache zu bekommen ist eine ganz andere Sache du hast erwähnt ja wir glauben oder wir beten okay wir beten aber gehe ich diesen Weg des Gebets mache ich dieses Gebet aus Überzeugung freiwillig mit diesem Ziel dass ich etwas erreiche oder tue ich das weil man mir empfohlen hat das ist sozusagen ein Querschnitt in meinem Leben dann tue ich das mache ich das einmal und wenn das klappt okay wenn das nicht klappt streng ich mich wieder an um das Gebet einzuhalten oder nicht er hat Beispiel gegeben er sagte du kannst glauben dass draußen damals war 10 D-Mark Schein auf der Straße liegt du kannst daran glauben aber du kannst nicht 100% sicher sein dass diese 10 existieren wenn du aber einen Schritt nach außen machst und den Schein in der Hand bekommst dann kannst du sicher sein sagen dass du dass du einen Schein von und genauso das Gebet hat einen Zweck Gott zu erreichen hat man wirklich durch das Gebet Gott erreicht hat diese Empfindung gespürt lebt man nach Gebote Allahs das ist die Herausforderung die uns jeden Tag treffen es ist nicht einfach also Gebet ist ein Mittel aber ein Sufi sagt ich will jetzt nicht lange darüber reden aber ich versuche es zu kurzen ein Sufi sagt für einen Gläubigen wird das Gebet nicht sozusagen als eine gute Tat bei Allah gefunden weil er das ist sowieso selbstverständlich dass er betet der Glaube erfordert viel mehr als nur zu beten das beten führt uns dahin dass wir auch mit unseren Mitmenschen gut umgehen mit unseren Eltern auch gut umgehen Nachbarn auch Opfer erbringen Opfer erbringen das ist wirklich ein Schlüsselwort viele denken okay wenn ich Zeit habe dann gebe ich mache ich Opfer oder gebe ich Jamaat Zeit aber Opfer ist da wo du gar keine Zeit hast wo du so viel zu tun hast nimmst du die Zeit und dann tust du was für Allah sehr schön beschrieben aber auch diese Überzeugung dass Gott alles tun kann ich komme wieder auf den Konflikt warum beten wir für den Konflikt weil wir davon überzeugt sind auch wenn alles unmöglich erscheint oder auch im alltäglichen wenn du davon ausgehst das wird sowieso nicht klappen und dann aufgibst aber du sagst nein es ist alles möglich weil es in Gottes Hand ist er entscheidet und ich kann meinen Verlangen meine Bitte meinen Wunsch ihm gegenüber äußern und aufrichtig äußern es ist dann in seiner Hand ob er aufs Gebet setzt das vermisst die Gesellschaft ja auch sehr oft du stellst wirklich die Fragen die jeder von uns beschäftigen die erste Frage ist auch als der Krieg in Gaza ausgebrochen was mich auch beschäftigt hat es muss eine radikale Änderung in der Welt geben damit Gerechtigkeit umgesetzt wird und Hasur hat das auch zu Recht gesprochen in seiner Rede auf dem Frieden solange ein Vito bei der UN im Sicherheitsrat gibt es keine Gerechtigkeit eins zu eins das heißt auf der ganzen Welt muss eine radikale Änderung geben um Gerechtigkeit zu herrschen davon sind wir alle überzeugt aber wie kommen wir zu dieser radikale Änderung Hoffnung darf man nicht aufgeben als Gläubiger und wenn man in diesen Zustand kommt dann hat Allah in einem anderen dann sind wir sozusagen wir gehören zu diesem Volk die Unrecht tun wenn wir unsere Hoffnung aufgeben Gebet wenn es werken wird dann wird auch Zeit brauchen bis wirklich ihre Auswirkung zu einer Auswirkung kommt es gibt so viele Prophezeiungen die von Hazret Muhammad vorausgesagt wurden aber nicht in seiner Lebenszeit in Erfuhlung gegangen auch Prophezeiungen zum Hazret Masih die Jahrhundert später oder auch Jahrzehnten später in Erfüllung gegangen sind aber das sind nur die Gebete von Hazret Muhammad das sind nur die Gebete von Hazret Masih die wortwörtlich in Erfüllung gegangen sind Hazret Masih sagte über den Heiligen Prophet Muhammad über wie der Islam sich verbreitet hat er sagte das sind die Nächte die der Heilige Prophet Muhammad mit Tränen verbracht hat sie haben dazu geführt dass der Islam sich verbreitet das Tote zu lebendiger wurden genau das sind nicht die Mittel die Allah natürlich geschafft hat das sind die Tränen das sind die Gebete des Heiligen Prophet Muhammad die diese Welt die den Islam so weit verabert haben die Menschen auch von Toten zu Lebendigen gemacht haben er hat selber prophezeit dass die von den Kaiser von Rom und auch die von Kisra den Berser seine Armeife werden in seine Hand liegen als der Tunnel Khazwatul Khandak war aber wer konnte daran glauben von den Gefährten damals die waren die Bedürftigen die Schwachen die einen Krieg sozusagen vor sich haben und gegen die mächtigen Armee also Feind vorbereiten müssen und Allah hat diese alle Prophezeiung die der Heiligen Prophet Muhammad prophezeit hat in Erfahrung gehen lassen und dann sind der Kron von Kisra also von Bersa in die Hand in der Zeit von Hazret Umar nach der Verbreitung des Islam also ein Gläubiger soll geduldig sein auch wenn in unserer Lebenszeit das nicht in Erfüllung geht dass irgendwann Frieden herrscht wird eine Generation den Frieden schaffen wir sollen die Samen legen damit diese Bäume wachsen und Früchte tragen das sind die Tränen von Gebet des Heiligen Propheten das sind die Samen die er in die Erde gelegt hat damit der Baum des Islam weltweit Früchte getragen haben spätere Zeit Es gibt so viele Themen über die man noch sprechen kann mit dir wir haben ja zum Beispiel gar nicht darüber gesprochen wie deine spirituelle Reise aussah zum Beispiel dass du wie du die Muslim geworden bist hast viel über deine Familien Geschichte erlebt aber du hast irgendwann zum Beispiel dazu herkampst oder auch davor ich weiß es gar nicht mehr den Weg zu Mahdi hat auch gefunden spirituelle Reise da nochmal einen großen Meilenstein erreicht das schaffen in dieser Folge nicht aber vielleicht gibt es irgendwas noch was du unseren Zuschauern mitgeben willst vielleicht nochmal auf das Thema zurück zum Abschluss Alltagsglaube sein im Alltag seinen Glauben aufrechtzuhalten vielleicht ein Lifehack sagt man ja heutzutage auf YouTube auf Insta gibt es immer so kurze Videos wo es so kurze Hacks gibt wenn du das und das so machst wirst du ganz schnell kochen wirst du ganz schnell machen was handwerklich ist vielleicht hast du so ein Lifehack auf der spirituellen Reise also ich will jetzt nur einen Punkt erwähnen also Ahmadiyyad zu akzeptieren scheint vielleicht eine Schwierigkeit zu sein aber die in Ahmadiyyad standhab zu bleiben also allgemein nicht nur Ahmadiyyad ist die größte Herausforderung vor einen Konvertierter Ja der Heilige Prophet Mohammed hat in einem Hadith gesagt Also wenn ihr den Imam Mahdi anerkennt dann auch selbst wenn ihr auf dem Berg von Eis oder Schnee krabbelt oder krabbeln muss ihr dann Bejat geben in seine Gemeinde beitreten das ist vielleicht die erste Schwierigkeiten Bejat Ahmadiyyad zu werden aber in Ahmadiyyad zu sein heißt Ahmadiyyad zu verstehen zu leben die Praxis des Islam durchzuhalten im Leben das ist das was der Heilige Prophet Mohammed selbst wenn man auf dem Berg kniet das ist die alltägliche Herausforderung die jeden Mensch also man ist irgendwie gefesselt in dieser Gesellschaft ich versuche das manchmal selbst ein Bild davon zu machen wie es funktioniert wir haben bestimmte also mit unserem weltlichen Auge ist es wirklich sehr schwer viele Sachen zu realisieren aber sobald man an Gott denkt und glaubt dass man für Allah arbeitet aufrichtig arbeitet dann laufen die Sachen von allein ich habe das nicht einmal nicht zweimal mehrmals erlebt so sobald man jetzt an Gott denkt und glaubt oh Allah du weißt ich bin voll mit vielen anderen Sachen gefesselt beschäftigt befreie mich von diesen Ketten lass mich meine Aufgabe noch erledigen ausführen mit dieser Absicht allein da kommt automatisch diese Befreiung und die Arbeiten die man sozusagen das sind auch schwierige Aufgaben das sind nicht so Kleinigkeiten so Anrufe oder irgendwas das sind Aufgaben die braucht man dafür Organisation Mannschaft auch Plan und so weiter aber die laufen von allein also man arbeitet hier für Allah und das ist Allah seine Aufgabe also man kann Gott sozusagen nicht gefallen tun dass er das macht wir sind dankbar dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat für ihm etwas zu tun obwohl wir sage ich das so direkt mit Ketten dieser weltlichen Welt mit Ketten gefesselt sind und sich zu befreien und auch für Allah zu arbeiten in so eine große schwierige Herausforderung das ist wirklich eine Sache die mich persönlich tagtäglich beschäftigt aber Alhamdulillah wenn man für Allah arbeitet wenn man denkt ich bin nicht ich habe nicht diese Fähigkeit ich habe auch vielleicht nicht die Zeit ich habe so das und jenes hier und da immer Probleme und wie soll ich das jetzt ausführen aber mit Allahs Gnade mit Gebeten mit bisschen Geduld läuft Lieber Mazen Juzakala dass du da warst Juzakala hat mich wirklich gefreut mit dir auszutauschen und unseren Zuschauern einige Standpunkte mitzuteilen Wir würden uns freuen wenn du wiederkommst Inshallah Sehr gerne Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatuh Jonathan Assalamualaikum Assalamu Maha'u'llahmatullahi wabarakatuh.